Applaus Was Sie träumen wollen? Entschuldigung, ich war gerade im Gedanken ein bisschen, ich überlege die ganze Zeit, wie geht der Mittelteil von Dr. Chivago, weißt du, wie ist das Lied? Die, 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 die. Der Bahn ist ganz frisch lackiert worden. W? Wissen Sie nicht, wie der Mittelteil geht? Na, lassen Sie mich doch mit Ihrem Mittelteil in Ruhe. Sie kommen dann auch nicht drauf, was? Der Hauptteil ist ja ganz klar, nicht? Du, 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 die, 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 du, die, 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 die. Morgen wollte ich damit in Urlaub fahren. Das Ding ist ja Dingsbums. Was für ein Dingsbums? Kommen Sie nicht drauf? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wissen Sie vielleicht, wie der Mittelteil von Dr. Zhivago geht? Dr. Zhivago? Moment mal. Schnäuf, schnäufi, jijf, schnäufi. Naa na na na, bēnē, 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 bēnē. Nee, das ist dä investigator parce, ja, Sfinnish Als, ja. Schnäufi, 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 schnäufi. Ihre Versicherungsnummer, Ihren Namen und Schuldanerkanntung. Er weiß es auch nicht. Was ist denn hier passiert? Kann man vielleicht behilflich sein? Ja, dieser Herr hier, der sucht den Mittelteil von Dr. Chivago. Bitte, Frau Weiß. Na, Dr. Chivago. Schläf, schläf wie schläuf. Schläuf, 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 schläuf. Schläuf, schläuf, schläuf. La, 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 la. Das ist ja das mit dem Paloma, nicht? corrr, 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 wir suchen ja... Schläuf, 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 schläuf. Also, Ihren Versicherungsnummern. Wie soll der meint das Fahrrad, braucht man gar keine. Den, Sie doch mal, schläuf. Schläuf, 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 schläuf. Schläuf, 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 schläuf. Schläuf, schläuf. Schläuf, schläuf. Entschuldigen Sie bitte, können Sie dem Herrn gleich dienen mit dem Mittelteil von Dr. Chivago. Es geht so. Ich suche ja dieses, ähm, nicht, wat, das ist nicht viel. Entschuldigen Sie, ich such den Mittelteil von Dr. Chibaro. Es geht so. La 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 Haben Sie diese Protestdemonstration eigentlich angemeldet? Ich suche den Mittelteil von Dr. Chivago. Leiner Bachmeister, es dreht sich um. So, und jetzt bitte die Kreuzung räumen. Räumen. Entschuldigen Sie, ich habe mich da geirrt. Das war gar nicht Dr. Chivago. Das war Love Story. Schicksalsmelodie.